Yo Freunde, was geht's? Wir sind in Manchester. Wir sind gegen Galtasaray, Istanbul und ja, was soll ich sagen? Champions League in Old Trafford. Es gibt nichts besseres zu gucken und ja, wird ein geiles Spiel und ich würde sagen, wir sind zum Stadion, Freunde. So Freunde, angekommen am Stadion hier in Old Trafford. Stadion von außen. Riesen-Großfreunde. Der Fanshop von Man United. Die Trikots mit den Haaren nochmal. Rashford hat die Nummer 10. Oh mein Gott, so geil. Traum, Bruder. Ich freue mich, ich habe keine Worte dafür, ehrlich. Das ist so crazy. Ich bin einfach direkt am Rasen. Schöner. So, mate. Was ist die Predigtion für die Game? Die Predigtion hier. Jenges, Jenges. Ich sage, wir gewinnen. Katsch, Katsch. 2-0 gewinnen heute in Old Trafford. Ich sage, das wird in 22 Galen. Wir gewinnen das Team heute. die Kerem abi, adamsın! Adamsın! Kimsin? Adamsın lan! Adamsın oleyvera! Mannschaft, komm raus! Gittin! 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 Hey, y Hannah! Gittin! 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 Ja, 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 ja. Nummer 4, Sofiane Omerba. Nummer 7, Mesa's Mount. Nummer 8, Nuggetti, Bruno Fernandes. Nummer 10, Marcus Rashford. Nummer 11, Rashford Polen. Nummer 18, Tassemiro. Nummer 19, Raphael Volan. Nummer 20, Thiago Dowell. Nummer 46, Hannibal. Ausstellung von Manchester United. Freunde, es geht los. Auf ein gutes Spiel. Eric Ten Hag, der Coach von United, könnte nach dem Spiel sein Ende sein. Nummer 4, Schchosukein ganz schwer…… Nummer 4, Schchosukein ganz schwer auf dem Spiel. Ich höre die Leute. Ich höre unsere varios. Das muss ich auf push, Freunde. Ich hab Rege-Pinus. Ägyptas zu uns und 1 zu 0 für United. Weiter, Jungs! Was ist denn Ihr? Was ist das für uns? Wollen wir einfach mit den Buben? Ja. Wir haben das für uns! Nein, das ist ein Schiff! Ja! Wir haben hier immer noch ein Schiff! Wir haben hier ein Schiff, aber... Wir haben hier ein Schiff! Wir haben hier einen Schiff! Vielen Dank. Was ist die Parade von Mustera? Ganz wichtig! Ganz wichtige Parade! So, Halbzeit, Freunde! Lechstag hat 1, ganz 3-1! Ganz ok Halbzeit, nicht so viele Chancen! Ja, ran gerne! Antoni! 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 Come on, run! Ich bin einstensionaler Mann. Ich bin einstensiviert! Da geht's! Nachschau! 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 Das war's für heute. Ja! 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 Abseits! Ja! Ja! Die MREGENGELT Und jetzt geht's, geht's, geht's. Er macht ihn einfach rein, 2-2, ich frage, 2-2. Elfmeter, Figaro-Fasserei, rote Karte! Elfmeter, Figaro-Fasserei, rote Karte! Elfmeter! Elfmeter, Figaro-Fasserei, rote Karte! Elfmeter, Figaro-Fasserei, rote Karte! Elfmeter, Figaro-Fasserei! Elfmeter, Figaro-Fasserei! Elfmeter, Figaro-Fasserei, rote Karte! Elfmeter, incele tüko! Er ist 7 Minuten nah, Spielzeit, was? Verarscht uns, ehrlich. Er muss abweiten. Machst du die Hände hoch, ne? Letzte Minute, Freunde. Kommt durch. Ich schaff das nicht. Ich wünsche... Ende. Skala gewinnt 3-2 gegen Manchester United in Old Trafford. Da spielt eine Geschichte ein, Freunde. Das ist der Wahnsinn, ehrlich. Die Bombe! 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 So, Freunde, das war's aus Old Trafford. 3-2 gewonnen. Behindert geiles Spiel gewesen. Und ja, das war's. Ich hab keine Worte mehr für das Spiel. Das war so spannend. Man dachte erst, wenn ihr euch gewinnt, das ist easy. Auf einmal kam Gala. Die Unterzahl. Aber wenn ihr hört, eh scheiße. Aber easy gewonnen. Yeah, Bro. Hast verloren, ne? Egal. Ja, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Aktiviert die Glocke. Wenn ihr wollt, euch öfter nach England zurück zu den Champions League spielen. Abonniert mich. Und folgt mir gerne auf Instagram, Freunde. Ciao.